Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Last of Us. Immer noch mein persönlichen Lieblingsspiel, hier mit Diana Plays. Und ja, jetzt sind wir, haben wir es geschafft. Beim letzten Part haben wir da ein bisschen lange gebraucht, war ein bisschen scheiße. Aber jetzt haben wir es geschafft und sind draußen in der Stadt. Mit Ellie und Tess. So, es regnet immer noch. Alles überwuchert und alles zusammengebrochen, alles alt und kaputt. Das ist ja auch nach 20 Jahren. Ja, man hört die Infizierte. Okay, dann gehen wir hier weiter. Oh, scheiße, die sind noch unten. Wir müssen... Da drüben ist das Rathaus. Ah, das Rathaus, okay. Nein, das stimmt hier, ja. Das hier soll das Stadchen von sein? Nein. Jetzt ist es nur noch warm. Hier drüben. Na, da hier geht es nach oben hin. So, nee, da ist nichts mehr. Da hier wieder die gleiche. Die ist immer schon hier in der Stadner. Nichts. Da hinten. Entscheidend. Doch nichts mehr. Ich schaue auf jetzt. Okay. Ich habe jetzt... Blitz. Habt ihr uns gesehen? Hast du noch was gefunden? Du weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe? Und da oben ist was. Pazier haben wir einen Ziegel? Oder so? Nein. Neh mal den und... Können wir ihn da dranwerfen. Cool. Firefly anhängen anscheinend, ja. Ja, genau. Firefly anzusehen. Warum nicht anzusehen, haben wir schon. Wir hatten gesehen, ich stehe mal ihren Namen drauf. Und so geht's weiter? Da vorne, oder? Ah, hier, genau. Mal sehen, was hier ist. Was haben wir denn da? Nichts dran. Und da... Keine Ahnung. Wie geht's? Ein Toter. Zerfetzt. Wie geht's? Das sieht festlich aus. Aber wir müssen jetzt weiter. Müssen wir hier weiter, oder? Oder was? Ja, Teile. Die Scheibe, natürlich. Da fließt das Wasser hinunter. Wie gemacht. Dann würde ich mal sagen, weiter nach oben. Munition. Ah, da liegt auch noch gleich. Ich eh geht. Földeinsatzprotokoll. Lese ich natürlich nicht. So, natürlich. Ich lese es nicht. Aha. So, wieder ein bisschen mehr Munition. Oh, jetzt. Verdammt. Klicker. Was ist ein Klicker? Ja, ich schaue den nachher. Oh, jetzt höchst's. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Die Räume. Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Eine Schere haben wir gefunden. Sonst hast du oben nichts mehr. Okay, dann kommen wir wieder nach unten. Und sehen, was da... Wie geht's hier? Das hässliche was für Rappels. Was drücken? Ja. Ja, geht. Boah, sieht aus, dass sie sich was mit anderem fangen. So, jetzt. Ratte. Sie ist drin. Oh mein Gott. Ja, genau. Aber da haben wir auch ein Ross. Pillen. Zusätze, verrisse deine Überlebensfähigkeiten. Ja, nichts mehr. Oh mein Gott. Nichts passiert. Alles ist total okay. Haha. Okay, gehen wir weiter hier. Was haben wir hier? Vielleicht noch was... Nützliches dabei. Nein. Ich kann nichts. Ja, noch was du zur Last verfasst. Es ist ein kleines Horror-Spiel. Das gehört auch zu einer kleinen Kategorie von Horror. Hilf mir hier mal. Ja. Das wollte ich noch sagen. Man kann wieder schrecken. Okay. Dann öffnen wir die Tür. So, komm jetzt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Klicker. Ah, scheiße. Okay, das war jetzt unser erster Klicker. Ziemlich. Hässlich sieht das aus. Hässlich sieht das aus. Haha, ja. Okay, besser. Flüssigkeit. Gut. Aber das ist, glaube ich, ein Ziel haben wir nicht. Da können wir die noch nehmen. Medikits können wir gleich brauchen. So. Was haben wir hier? Ah, nehmen wir dazu ein bisschen Messer halt. Bestimmt, was Nüssliches drin, wenn man mit dem Messer aufhören muss. Ja, die Flasche will ich gar nicht. Ich will da wieder die Ziele. So. Und hier. 15 Pillen. Ah, Mission. Haben wir voll. Flasche gewollt da. Sonst nichts mehr hier. Ja, okay. Sonst haben wir nichts mehr. Aber bei dem Messer. Ah, das haben wir gerade gebaut. Kann man nicht mehr nehmen. Aber jetzt. Wir können noch mal Messer machen. Medikits können wir noch herstellen. So, und was können wir denn da sonst noch wieder nehmen? Perfekt. Kommt wieder auf was. Getropped. Oh, ich hatte wieder ein Clicker. Ist das hier richtig? Anscheinend schon. Anscheinend schon. Wir können noch alles öffnen. Ja, dann anscheinend hier. Wie geht da schon wieder ein Leiche? Wie geht's? Das ist hässlich. Mal sehen, ob's da weitergeht. Ja, mal sehen. Okay. Das ist ja so. So, kleine. Du bist dran. Los, komm. Hopp. Rauf, dir. Aber wie geht's? Das ist hässlich aus. Wie konnte das denn passieren? Jetzt noch mehr. So. Und rauf geht's. Verdammt. Clicker. Wie geht's denn? Die sehen hässlich aus. Echt. Aber die sehen ja nichts. Sie hören nur. Wir sollten immer verstecken vor Clickern. Und sie lautlos ausschalten. Sie hat einen Fäscher geworfen. Ah, genau. Das ist ein Subtext. Bei denen. Funktioniert das ja gut. Mal gucken. Werfen wir das hier mal da rein. So, dann haben wir unser Ziegel. Ist der Clicker weg jetzt? Na, da hat Angst. Nee, natürlich nicht. Da hat keine Angst. Leben. Ich bin mit dem Ziegel zurück. So. Ist ein Leben gefunden. Nach 20 Jahren. Na, aber ich glaube nicht. Da hat er noch jemand gewohnt. So, was ist denn da schönes? Medikid. Ich hoffe, das hat sie nicht ernst gemeint. Hier. Ah, da können wir wegschieben. So. Bitte, die Damen. Okay. Genau. So gehört sich das, Joe. So. Oh mein Gott. Das ist ein Lied für eine Idee. Was? Machst du dich? Oh mein Gott. Ich glaube, das stürzt dann alles ein. Da ist das Rathaus. Ich glaube, ja, das da ist. So. Da wo jetzt der Pfeil ist, ist das Rathaus. Oh mein Gott. Das würde ich ja jetzt nie machen. Im echten Leben. Vor allem nicht, wenn das so kaputt ist. Und das Haus hängt schräg. Also, steht schräg. Nicht hängt. Oh mein Gott. Was machen die denn, wenn der Scheiße... Oh je. Äh, hallo. Ich will weiter. So genau. Jetzt sind wir hier. Ich brauche wieder Klicker. Wieder ein Toter. Ah cool. Er hat neue Waffe. Revolver. Keine Sache. Waffenplätze. Du kannst mitnehmen... Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du... Äh... Ja, keine Ahnung. Du Hälfte hast. Zusätzliche Waffen werden in deinem Inmetall abgelegt und können... ...gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden. Ja. So, wir jetzt mal die benutzen. Okay. Da vorne. Was haben wir denn hier? Ein Stock. Zum Schlagen, anscheinend. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, ist das hässlich. Wie geht die beiden, diese Geräusche. Oh, da haben wir ein Rohr. Das ist bestimmt besser. Und da ist schon der... Ah scheiße. Schlag ihn. So, komm, schau. Scheiße, da kommt ein Clicker. Mit L2 Sprinten, um freizukommen. Klar, es kommt ja nicht. Ah scheiße. Ihr fällt da raus. Oh mein Gott, da kommen so viele. Ja, wir sind tot. Ah. Da ist... Ja. Infizierte Runner können noch sehen. Sei vorsichtig, wenn du dich in den Herst. Ah, okay. Die können noch sehen, also. Ich drücke immer die falschen Tasten. Und denke mir, bestimmt auch leise erbürgen. Die Clicker ja nicht, das weiß ich. So, komm, nehm mal den. Und weg mit dem. Wie geht's? Hässlich. Ich hab ne Revolver-Munition dabei. Vorher sehe ich schon noch zwei, drei. Und das hier ist ein... Oh mein Gott. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh man. Hat's hier drin noch etwas? Darum warten die zwei. Schön war ab uns. Und wir müssen hier die Arbeit machen. So, ein Siegel haben wir. Oh, scheiße. Die werden doch leise jetzt. Du kommst jetzt eins auf die Fresse, ey. BAM. Kopf weg. Oh, scheiße. Ich hab Angst vor dem Clicker, denn die kann man ja nicht so einfach besiegen. So, komm jetzt. Lauf, 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 lauf. Ach du meine Scheiße, ey. Kommt der? Oh mein Gott, ich hab gerade ein richtig komisches Gefühl. Ich bleib lieber mal hier. Ganz langsam. Joel. So, perfekt mit dem Messer, weil man tot ist, ja. Was haben wir geschafft? Glaub ich. Ja, perfekt. Das ging ja mal noch. Perfekt. Nein, man hat gestorben hier. Großen Leben. Verschwinden wir von hier. Ja, würde ich auch sagen. Und wir haben nur ein Messer verbraucht. Können wir uns hier noch eins erstellen nachher. Aber zuerst will ich noch hier etwas schauen. Der hat jetzt bestimmt noch etwas dabei. Ja, genau. Äh, Bolgermunition. Der hier. Ja, ist egal. Und hier haben wir noch Pillen oder so. Nee, das will ich nicht. Ich will mein Siegel behalten. Gehen wir hier weiter. Dann hat es da wahrscheinlich nichts mehr. Können wir noch etwas Wichtiges herstellen? Ja, ein Messer. Vielleicht auch ein Retiketten. Nee, genau nicht. Da war ein Stock oder... Da ist ein Stock. Ah, scheiße. So. Und hier hinten hat es... Er hat jetzt noch Leben, aber das haben wir ja voll. Okay, das heißt, wir können weiter. So, ich glaube, ja hier oben. Ja. Ich glaube schon. Wie geht das? Auch wieder. Tot haben. Munition. Immer gut. Was haben wir da? Ja, hallo? So, ich bin jetzt... Ja, da ist egal. Zieh erstmal nach hinten hier. Das kriegst. Okay, wo ist das? Ah, das ist anscheinend schwer. Danke auch. Ah, wir machen das jetzt so. Aber genau das Haus ist erschreckt. Und deshalb müssen wir das halten. Dann gehen wir jetzt da nach hinten. Oh, da sehe ich schon was blinken. Ich glaube noch ein Tuch, ja. Und eine Flasche. Okay. Oh, das wird gut. So. Immer noch kein Medikett, können wir herstellen. Oh, schade. Und was ist jetzt hier? Was ist denn? Dann mal los. Oh, wahrscheinlich. Geh wir es an. Vorsichtig. Ja, genau, ja. So. Äh, stimmt das hier? Ja. Aber schon. Ich denke, wenn wir zurück sind, dann haben wir es mal. Du willst es ruhiger angehen? Haha. Du gehst weiter hier vor uns. Ah, ja, genau. Ich glaube, das erst, wenn ich es sehe. Okay. Wieder eine Leiche gefunden hier. Und hier geht es glaube ich dann auch weiter. So. Ja, genau da. So. Nicht runterfallen. So. Was soll denn das heißen? Überall. Ich hole da Wasser hinunter. Und. Unten. Was liegt denn da Schönes? Wir haben Messer und Tuch. Überall liegt auch wieder was Schönes. Ja, ich komme gleich zuerst, habe ich da hier noch. Es ist ein Wasser, kann ich das nicht machen. Was haben wir hier? Fünf Pillen. Siegel. Am Ärmel. Firefly. Ja. Die sind vom Zeich verfolgt. In der Stadt wie draußen. Ein Molotow Cocktail anscheinend. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt jetzt. Molotow. Setze Molotow Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar einen anderen entzünden. Mit L1 kannst du den Molotow Cocktail im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Geh. Ich weiß jetzt wie das funktioniert. Ah, das Lichter geflackert. Hat es sonst noch was hier? Ja, da. Ich habe schon was gesehen, aber wird jetzt noch weiter? Oder nicht? Nee. Okay, dann können wir hier schauen. Was hat denn der? Ein Zettel Firefly-Karte. Triff dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen, 1,60. Oder so. 14 Jahre alt. Rotarisch. Ja, sie suchen also Ellie. Siehst du? Nicht unsere Leute. Okay, äh, was jetzt? Ja, was jetzt kommt, zählt hier. Achso, was beim nächsten Mal kommt, zählt hier beim nächsten Part. Ja, bis zum nächsten Mal. Hier mit mir, Jano Plays. Bis zum nächsten Mal.